Ja, Pilzfreunde, hier von einer schönen Bank mit Blick auf den Wald und natürlich auf einen kleinen Teich gleich um die Ecke bei mir zu Hause. Ja, nicht jeden Tag muss man jetzt Pilze suchen, nicht jeden Tag findet man welche. Es ist momentan im Wald schon so lala. Aber wir können uns Pilze anschauen, was über Pilze lernen, Pilze bestimmen und ich kann euch vielleicht einen ersten Schritt zeigen. Nun, kommt doch mit! Und hier mal ein kontroverses Thema, aber ein wichtiges. Wir sehen einen richtig Steinpilz. Aber die Frage ist, was für einer? Im Titel habt ihr schon gesehen, es geht um die Bronze Röhrlinge oder eben auch um die schwarzen Steinpilze, eben mit vielen Namen betitelt zum Beispiel auch Bronzepilz, weißer Bronze Röhrling. Es handelt sich also immer um Boletus Aureus. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Meinungen. Manche haben den vielleicht auch noch nie gesehen in Live und Natura und es hat einen einfachen Grund. Der Pilz ist selten und hauptsächlich in den wärmeren Regionen beheimatet. Wandert also von den Gebieten der Nordwestschweiz Richtung Deutschland ein, insbesondere aber auch von Oberitalien kommend und ist weit verbreitet. In warmen Gebieten wie Florida, aber eben auch in anderen Gebieten weltweit ein häufiger, absolut völlig normaler Pilz. In Deutschland ist er allerdings streng geschützt und darf nach der Bundesartenschutzverordnung nicht gesammelt werden. Bis zu 50.000 Euro Geldstrafen stehen da im Raum, was natürlich immer im Einzelfall bewertet wird. Wir sind hier in der Schweiz unterwegs, also in einem Gebiet, wo der Pilz auch natürlich wie alle anderen Pilze geschont werden sollte, also nur ein paar Exemplare für Speisezwecke entnommen werden dürfen, aber wo er gesammelt werden darf. Und hier im Grenzgebiet kann ich also einen Schritt nach links machen und da darf ich ihn sammeln, einen Schritt nach rechts, da darf ich ihn nicht sammeln. Nun zu Sinn und Unsinn von Verordnungen und Gesetzen, das sind Themen, die sollten woanders diskutiert werden und nicht hier im Pilzkanal. Aber man muss natürlich klar sagen, dieser Pilz ist bei uns häufiger ganz ehrlich wie ein echter Steinpilz. Er ist wesentlich häufiger wie ein Sommersteinpilz und neigt hier zu massiven Massenvorkommen, dass man wirklich mehr von diesen Burschen findet wie irgendwie andere Pilze im Wald. Nun, das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, kennt das. Aber wie gesagt, ich denke, die Gesetze, die hier weit aus den 80er Jahren sind, brauchen vielleicht auch mal im Rahmen der Klimaveränderungen und eben dieses fortschreitenden Ausbreiten dieses Pilzes mal ein kleines Update. Nun ja, das ist allerdings bei anderen Arten nicht anders. Wir halten uns natürlich in Deutschland an Recht und Ordnung und zeigen sie deswegen hier. Und hier kann man schön sehen, diese wunderschönen Hüte, kastanienbraun, dunkel, fast schwarz, überreift und dieser Reif, dieses Weiße auf dem Hut, was man hier wunderschön sehen kann, ist natürlich ein ganz klares Erkennungsmerkmal des Bronzerührlings. Insbesondere auch der weiße Rand oder die eben bis zu schwarz aussehenden Hüte. Also ich habe schon welche gefunden, die waren wirklich schwarz. Deswegen auch schwarzer Steinpilz. Können aber auch hell sein, Bronzefarben, eine große Variabilität und das erklärt die Verwechslung. Und hier mit zum Beispiel sehen wir einen, jetzt seid ihr dran? Nicht? Sommersteinpilz. Der klassische Verwechslungspartner der Bronzerührlinge. Und man kann die natürlich auch mit gelben Steinpilzen, wurzelten Bitterrührlingen, mit Anhängselrührlingen, mit allen möglichen anderen Pilzen verwechseln, auch mit Gallenrührlingen. Aber hier schön zu sehen, der Stiel. Und schaut euch das an. Ihr seht einen ockerbraunen, einen hellbraunen Stiel, der lederbraun sein kann. Immer faserig, irgendwie rillig. Von der Spitze her eine weiße bis bräunliche Netzzeichnung habend. Natürlich wie bei allen Steinpilz keulig. Unten verdickt bis hin zu rund. Zusammen mit dem samtdicken Hut, den überreiften Tönen, der weißen Hutrand. Ein klares Zeichen für ein Bronzerührling. Die Röhren auch hier immer weiß, auch im jungen Alter. Alt eher cremengelb. Steinpilze haben dann eher dunklere Röhren, die auch zum Blauen neigen. Die Sommersteinpilze nicht. Die werden höchstens leicht grünblau nach einer Weile, aber die blauen eben nicht so stark. Hier links nochmal ganz kleinen Sommersteinpilz. Schön zu sehen am hellen Stiel, auch der Netzzeichnung, den helleren Hut Tönen. Und auf der rechten Seite der Bronzerührling mit seinen überreiften, dunklen, kastanienartigen Tönen. Mit seinem rilligen Stiel mit Netzzeichnung, direkt unterm Hut und diesen ockerfarbenen Tönen. Also man kann die wirklich leicht verwechseln. Das erste, wo es mir immer auffällt, schaut mal auf die Röhren. Weiß bei dem Steinpilz, eher wirklich gelblich, olivfarben. Und auch wenn der Sommersteinpilz hier schon größer ist, teilweise blauend und grün. Der Herrenpilz oder eben auch der Bronzerührling, weiß, nicht blauend, selbst auf Druck nicht blauend, auch wenn er größer ist, ist halt jetzt hier ein kleinerer, nicht so deutlich wie bei einem Steinpilz. Oder Fichtensteinpilz zum Beispiel. Nun, alle Steinpilzarten sind essbar und es gibt die alte Regel, weiße oder gelbe Röhre mit einem milden Geschmack hat man in der Regel immer einen essbaren Pilz vor sich, zumindest in unseren Breiten, mal von diversen Ausnahmen abgesehen. Aber in aller Regel eine eindeutige Sache. Natürlich kann man den Bronzerührling essen, darf man das, anderes Thema. In der Schweiz sogar marktfähig, von der DGFM gestuft als Positivliste, also im Prinzip als Speisepilz auf der Liste und natürlich wie alle Steinpilze hervorragende Speisepilze, ganz klar. Ich finde es auch wichtig zu erwähnen, dass der Hut oft eben wirklich groß ist. Die Steinpilze oder hier diese Bronzerührlinge können erheblich größer werden und hier sieht man mein älteres Exemplar, wenn man ein bisschen näher hinschaut von einem solchen Röhrling. Da sehen wir, dass der eben auch noch weiße Röhren hat. Wichtig zu wissen ist eben auch, dass diese großen Pilze teilweise wirklich gewaltig werden, Kilo schwer, ohne Probleme, 20 cm im Durchmesser Hüte erreichen und eben durch das Nichtblauen, durch die weißen Röhren und die dunkle Stielzeichnung zusammen mit dem wirklichen weißen Rand und eher in der Regel schwarzbraunen, kastanienfarbigen Hut gut zu erkennen sind. Die sind auch richtig hart, knüppelhart, die werden nicht schnell weich. Da müssen sie wirklich alt und sehr groß sein. Auch das ist auffällig, wesentlich festfleischiger. Riechen auch so ein bisschen mandelartig, nussig, kräftiger wie die Steinpilze, die man vielleicht so aus dem Wald kennt. Und das sind alles so Zeichen, die sollten einen aufhorchen lassen. Und ich denke, da habe ich eine Menge erzählt zu diesem Burschen. Eins habe ich noch vergessen, Verbreitung. Ja, der Grund, wieso die bei uns einfach so häufig sind, neben der Wärme, die sie wirklich brauchen und benötigen, eben auch der Laubwald. Hier in der Regel immer Edelkastanien und Eichenwälder, wenn es geht, Mischwälder aus diesen beiden Pilzen, Bäumen. Und die gibt es bei uns halt recht häufig und demzufolge auch diese Kandidaten. Sie im Sommer bis Herbst zu finden, bei uns fast immer im Juli, im August irgendwo zu finden, ganz selten später, aber möglich. Und eben, wie gesagt, laut Bundesartenschutzgesetz in Deutschland vollständig geschützt. Ich denke, da habe ich eine ganze Menge dazu erzählt. Der ein oder andere, der vielleicht noch nicht gesehen hat, ist immer noch der Meinung, es gibt keine Bronzeröhrlinge. Ja, es gibt sie, da sind sie. Und schreibt mir doch mal, habt ihr den schon gefunden? Wo wohnt ihr etwa? Also nicht die GPS-Koordinaten, sondern grob die Gegend, das Bundesland, etwa grob der Landkreis. Mich würde einfach mal interessieren, wie weit diese Burschen schon vorgedrungen sind. Und wenn sie noch nicht bei euch sind, kommen sie mit der Aufforstung der Wälder, mit Laubbäumen, insbesondere Eichen, und das wird ja überall gemacht, und eben mit dem fortschreitenden Wärmerwerden der Gebiete ganz sicher auch bald bei euch an. Denn diese Art ist wirklich auf dem Vormarsch. Und das muss man ganz klar sagen, das ist natürlich vielleicht irgendwann mal ein Pilz, der eben mal wieder überdacht werden sollte, was seinen Schutzstatus angeht. Während andere Pilze massiv zurückgehen, kommt hier ein leckerer Pilz auf uns zu. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nun, dann geht raus in den Wald. Wie viele Pilzsammler hat diese Eiche wohl gesehen, die da Sommersteinpilze gesucht haben? Gibt in der Tat Anhängselröhrling unter dem Baum. Nicht heute, macht aber nichts. Geht raus, sucht Pilze, wendet das Wissen an, lasst unseren Kommentar da, was ihr findet. Wenn ihr Fragen habt, gerne fragt auch. Und ich versuche das gern zu beantworten. Habt Geduld, es dauert einfach. Ich mache das Jahrhalshobby nebenbei. Also, habt Spaß, lasst uns einen Daumen hoch da und wir sehen uns vielleicht irgendwo hier im Wald. Bis bald im Wald.